Diese Synthese-Kombination müsst ihr in Zelda Tears of the Kingdom testen. Ein Schild mit einer Kanone hat eine gewaltige Durchschlagskraft, da bleibt kein Bock drin stehen. Mit dem Boomerang gibt es mehrere lustige Kombinationen. Versucht mal einen Boomerang mit einem Flammenwerfer zu kombinieren und grillt eure Gegner. Oder mit einem Laserwerfer habt ihr einen Laserboomerang. Was sind eure lustigen Kombinationen? Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Quack.